Ahoi Leute und willkommen zur vierten Episode des DLCs 400 Days. Heute spielen wir mit Bonnie, die der erste weibliche Hauptcharakter ist. Tag 236. Ich habe ganz vergessen welcher Tag Wyatt war. Ne, Wai. Kann ich die Schlange kontrollieren? Beide. Der Wade war 40 Tage drin und Russell weiß sie nicht. Ich wollte dich nicht überrascht. Oh, komm. Du wärst viel weniger Spaß. Du bist viel mehr Spaß. Du fühlst dich besser? Ich glaube, ich bin. Du bist sicher, du fühlst dich besser. Aber du musst sagen, dass alles nicht verbessert ist. Das kam aus falsch. Was ich meine, ist... Ich meine, du war... Du war... Du war... Nein, du bist nicht perfekt. Herr Lobsterhans. Vielleicht sollte ich einen Moment ein paar Minuten lösen auf deine Schmerzen. Mal sehen, wie du es magst. Ich? Ich bin nicht perfekt. Das stimmt. Und du bist ähnlicher als Dirt. Schau. Schau. As long as you stay off that stuff, you can have all the flaws you want. I mean it though. After we found you, you were still so hooked on that stuff, well... I never thought you'd make it. You ain't out of the woods yet, I know, but... Well, you've come a long way, Bonnie. And I'm proud of you. You're a good friend, Leland. I know. Okay, you're not that great. Look, you know I ain't going nowhere, right? As long as we're together, I'll be there for you. You gotta worry. You know that, right? I know. God, Leland. Thank you. Bonnie, I... Leland? Bonnie? Dee! Hey, honey. I found us something. What are you two up to? I'm talking about it personally. Just chatting. Chatting, huh? What about? Uh... Hummer. Oh... Uh... Well... Lobsters. Lobsters? Well... Fishing. Figured it'd be worth a shot. For the food, you know? Leland, you hate fishing. That ain't totally true. And how many days you gone fishing? What? I go fishing all the time. Thought you, didn't I? I am a catch. Oh, now I know it. I got you a present. Oh, you shouldn't have. What'd you find? I'll tell you later. I don't mean to interrupt your chat with your, uh, girlfriend, but, uh, we gotta get moving. Clenden? Girlfriend. So, where'd you get the bag, Dee? Dee? Hmm. Dee? Did you hear me? Let's keep moving. I feel like I've been in a washing machine all day. I'd kill for a towel right now. Or a blow dryer. Yes. Good Lord, deliver us a blow dryer. Hey, Dee, when we get back to camp, would you let me borrow some of that nail polish? Sure, hon. You like this color? That's my favorite. And after today I could use a new coat, you know? Same here. I feel like a drowned rat with these claws. Not to interrupt the girl talk here, but, uh, Dee, that, that bad. Look, I found it down the road a piece, alright? Where down the road? Some place off that a way. You gotta give us more than that. Was anyone there? I don't think so. You don't think, or you don't know. Those mean the same thing, Leland. Just tell us, baby. You guys sure gang up on me a lot lately. Honey, that ain't true. Tell me one time you sided with me in the last week. The last month. Alright. I can't remember one especially, but I know I have. False. This is how all our fights go. Every time. Now we're standing here in the woods, soaking through, and for what? Don't you want to get to the camp before dark? I ain't the one who stopped. This ain't helping anything, you too. But you are the one who made me stop. Irregardless, we can just as easy carry on like this while we're walking. Oh, I've about had it with that attitude. Attitude. You're gonna draw every dead thing from miles around. You keep on like this. Goddamn rain in this goddamn middle of nowhere place. I know you did that on purpose. You listen to me now. I have had it up to here with listening to you. Not to blaspheme. I can't believe you are still- Leland, that's enough! It's obvious you can't win this one, so why even bother trying? Bonnie, I appreciate you trying to help, but let me handle this, alright? Thank you, Bonnie. Finally, someone makes some damn sense around here. Okay. Bonnie, darling, I'm sorry, we're- Darling? Dee? Come on. Save it! I know what side your bread is buttered on. Yours too. Dee, now's not the time. Whatever issues we got, I'll pass them out later. I refuse to get in the middle of this. Well, too bad. You already are. I'm sorry. I'm sorry. I just want to get somewhere where I can change my clothes and then you and your girlfriend can... Oh shit. Oh no. Oh god, run! Come on, we gotta move! What are you talking about? Oh shit. Oh shit. So stiff is it now not. angeschossen zu werden. Das kenne ich ja selber schon. Ich bin ja so ein Street-Hustler. Nein, Spaß. Ich wurde noch nie angeschossen. Das hat sich Schmerz angehört. Ist er das Hotel? Da ist der Bus. Mit den Leuten, die das interessiert. Und sie sind tot. Ha. Ha. L oder R? Ja, um die... Gott! Gott! Das weg! Komm schon! Komm schon, Bonnie. Komm schon! Shit. Wo sind Sie? Ich kann nicht sehen, dass ich eine verdammt Sache hier sehe. Wer hat irgendetwas? Wo sind sie denn? Oh Gott, wo muss ich denn hin? Nichts? Nein, ich kann hier nichts sehen. Da steckt was im Boden. Oh, Mama, warte über mich. Okay, Barney, bleib ruhig. Find ein Weiß. Ja. Ja, was soll ich denn machen? Oh Gott, diese neue Steuerung kostet mir ein bisschen an von denen. B-B-Barney. The fuck? Dee? Oh Gott, Dee, I'm so sorry. Oh Gott. Warum? Du. Ich weiß nicht, dass du es bist. Hm, das ist jetzt doof gelaufen. Was ist denn so leid? Ich sollte nie... ...trust... ...trusten dir... ...trusten dir... ...just... 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 ...junkie. Leland. Was tut mir so leid? ... Minor! Was hat er mit mir gemacht hat? Du... ... ich... ...zunfigkeit. So... ...ich... ...ich... ...i... ...mich... ...i... 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 ...noh... ...Gl... ... ich... ...im... ...ie... ...bass... Zweiten Pfeil. Ich fand sie so, ich musste es tun. Nichts, vergiss es, es ist ein Unfall. Sie war schon so, ich war es, du hättest es nicht mehr zurück. Das lässt sie mich wirklich machen. Es war ihre Schul. Es tut mir so leid, ich konnte nichts machen. Ich weiß es nicht. Bonnie, warum? Entschuldigung. Entschuldigung, Leland. Bonnie. Entschuldigung, Leland. Ich lasse dich hier. Entschuldigung, wenn du siehst. Ich weiß, es ist schwer, aber ich brauche dich, Leland. Hätte sie überlebt, hätte man nichts gemacht oder was wäre dann passiert? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Wenn sie für dieses Ding sterben wird, werde ich es sicher nicht hinterlassen. Okay, was ist denn da drin? Habt ihr die Taschenlampe mitgenommen? Wer da? Okay, dann würde ich sagen, das war es mit Bonnies Episode. In der nächsten machen wir dann die letzte Episode. Nämlich Shell und den Epilog, den es dann noch irgendwie danach gibt. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge morgen. Haut rein und ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.